Nein, Tennis reicht. Oh, ich habe 12 Dollar gewonnen. Ausdorben, 100? Egal. Aber jetzt möchte ich nach Michael mit unseren geilen Wagen. Komm. Hm? Was? Hä? Hä? Warum wechselt er? Ach, ist mir jetzt auch so ziemlich wurscht. Ja, wo ist er denn? Hey, stupid! You can't be on here without a hat! Okay. Yeah, thanks a lot. Site inspection. Architect on site. Verfolgen wir ihn. Wird er denn nicht so schwer sein? Dann die Pläne. Kein Problem. Darf sie natürlich nicht umdrehen. Und seht er mich? Aber ich glaube, das tut er auch nicht. Und wenn, dann habe ich Pech gehabt. Es war dann gescheitert. Aber weiß ich Bescheid. Ach, waren wir ihn hier nicht schon mal? Und haben den Dingsmuster umgetötet? Kann das sein? Okay. Ich darf das. Na klar ist das das. Na klar. Ja. Oh, oh. Someone help me! Get him a word from me! Fuck, 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 fuck. Das muss sehr schief laufen. Oh. Wie ist ja jetzt die Hölle los? Na, bravo. Ich weiß nicht, ob ich das verhindern hätte können. Aber ich glaube nicht. Aber wie komme ich hier wieder raus? Ich möchte ihn nur... Ach da. Ähm. Genau. Ich habe ihn verloren. Ist klar. Ja, nee, ist klar. Oh, seht ihr? Das sind die Großartiges. Studier sie und studier sie sehr schwer. Ich werde sie mit dem Kopf machen. Das ist der Plan des Ingenieurs. Mein Utrecht. Wer sind Sie? Mach ich. So einfach geht das. War irgendwie was? Ich glaube nicht. Ich bin es nicht gewesen. Oh. Fuck you. Genau. Gib mir das. Schütteln die Cops ab. Genau. Innenkopsmobil. Ja, wie auch immer ich das schaffen soll. Muss auf jeden Fall gleich einen anderen Wagen fahren. Den kennen die nämlich schon. Irgendwo in der Gasse oder sowas. Und da muss ich dann hoffen, dass ich dann... So. Fahr schon mal Richtung Michael. So. Yes. Mit dem Bullenwagen. Der ist ziemlich flott auch. Zur Textilfabrik. Ach ja, stimmt ja. Bringen wir die Sachen zur Läster und dann passt das. Da sind aber spezielle Bullenwagen jetzt. Jetzt sind wann es dann noch andere. Ach, egal. Auf jeden Fall, verflickt schnell der Wagen. Muss er ja eigentlich auch. Oh. Das war ganz schön knapp. 100% wären zwar nicht, aber... Ach, da steht Michaels Wagen. Oh, wie dachte ich, dass es Michaels Wagen ist. So. Hallo. Lester, was du hast? Ich weiß noch nicht. Gib mir einen Moment. Ich bin ein fucking Computer. Oh. Oh. Oh, vielleicht bin ich. Hier ist was ich. Wir haben zwei Optionen. Die neue Sicherheitssysteme geht in den Containment Mode. In Fall von Emergenzieren. You know, uh, earthquakes, mudslides, acts of God. So, we could plant some firebombs. They go bang! The emergency call goes out. We hijack it. Show up as firemen. And then we grab the containment drive. Or, we could hack the system on site. We'll go in by, uh, by air. I hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos, or, defeating one of the world's most complex security system using our worthless-ass ninja skills, huh? Yeah. Eeny, meeny, miny, moe. If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place, and plant the bombs where we need them. Seriously? I got a mop? Yeah, yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play-acting. You also need a firetruck to show up in when the bombs go off, and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau, so you can torch the truck and then get out. The car doesn't have to be anything special. There shouldn't be any heat. What about the other way? With the, uh, ninja skills? Now, you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now, you fly way up above the building, parachute in, and gain access through the roof here. Now, you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the, uh, shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. Now, Haynes has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission, and the crew will be paid out of that. We keep the change. So, what's it gonna be? Ähm... Feuerwehr. So, you do want a mop? Okay. Well, you'll need a couple of gunmen. They'll go in with you as firemen. Everything goes to plan. They won't fire a single bullet, but you will be running into a burning high-rise with them, so consider that. Okay. Den. He's my go-to guy. I ain't changing that now. Well, he should be okay. He's got a few scores left in him. This is a protected federal building. Are you absolutely sure? This is how you want to take it? Yep. And we have a winner. I'll make the arrangements and call you when we're ready. Alright, shit. Hit me. You know, I'm still looking into that Union Depository gig. It's real interesting. But I don't know if we can do it without you-know-who. Yeah. Well, as long as he can't do it without us. Okay. 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 Bestanden. Die Pläne des Architekten. Schnelle Flucht. Was? 54... 57 Sekunden. Was? Ist ein Fluchtwagen erforderlich? Wo ist denn mein Wagen? Ach, das ist der... Wo ist mein Aufgetunter? Mann. Michael, ey. Toll. Ist doch gar nicht. Ähm. Muss irgendein sein. Oh, ein Feuerwehrauto. Oh, ja. Ähm. Und... Okay. Oh, ein Feuerwehrauto. Wo kann ich's abstellen? Hier? Ähm. Okay. Machen wir das doch. Ähm. Wo stelle ich's denn ab? Wo stelle ich's ab? Ich würde sagen... Hey, man, was's up? What's going on, my dude? Hier. Ähm. Kontakt, äh. Äh. Ach so. Okay. Oh, du hast das Axt? Spiel. Fuck's sake! Ist nicht nur zu neun, er ist genau daneben gewesen. Ähm. Na gut, dann... Parken wir jetzt hier in der Gasse. Oh, ich hänge fest. Leicester. Franklin. Hey, Les. That getaway car is parked where we need it. Alright. Give me the location. How it... Yeah, what's cracking? Good work. Call me when the rest of the preps take care of, okay? Okay. Hey, dude. Wie kann ich denn... Ah, wie kann ich nur mal anrufen? Und dann, ne? Ist hier vielleicht Feuerwehr bei? Feuerwehr? 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 Luftschiff? Hi, this is Atomic Blimp. Can I help you? Yeah, hi. I'd like a blimp delivered as soon as possible. I'll send one out to you right away. Great. Thank you. Thank you for calling Atomic Blimp services. Goodbye. K. Das ist ein Signal. Hey, don't mind me. Wo ist es denn? Egal. Ich brauche einen Feuerwehrwagen. Oh, Muffala. Arschlöcher. Ich will nur die Feuerwehr anrufen. Feuerwehr, genau. Feuerwehr natürlich. Mich findest du nie. Mich findest du nie. Ich möchte gerne in Pain-Spray fahren, aber darf man nicht mehr. Zumindest hieß es so früher. Aber heute geht das nicht mehr in diesem Spiel. Bin ich frei jetzt? Ja. Gut. Da wir jetzt ja schon halbwegs bei Michael sind, machen wir Michael. Weiß ich nicht, was passiert ist. Erzählst du mir. Damn. Heiko. Doe mal gut. Nix. Hey. So. 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 So.